Im heutigen Roblox Adopt Me Video trade ich nur Fossil Eggs. Ich hätte gesagt, wir haben einige richtig, richtig coole Trades bekommen. Aber wie immer müsst ihr das in den Kommentaren entscheiden. Außerdem mache ich noch eine Verlosung von Robux Pets. Das Video, wo ihr mitmachen könnt, ist jetzt im i verlinkt. Und bei 5000 Abos werde ich die drei Robux Pets verlosen. Vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dass ihr in Zukunft keine Verlosungen und Videos mehr von mir verpasst. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Heute gibt's wieder ein Trading Video von mir. Und zwar trade ich heute nur Fossil Eggs. Ihr findet, glaube ich, die Ich-Trade-Nur-Videos mega, mega cool. Und von daher traden wir heute nur Fossil Eggs. Die Fossil Eggs werden irgendwann nicht mehr da sein. Und sie sehen so aus. Es ist leider gerade dunkel bei mir. Aber das Problem ist, es gefühlt immer dunkel, wenn ich mich in Adopt Me einlogge. Sie kosten 750 Bugs und sind nicht unlimitiert, sondern sind limitiert. Wir wissen noch nicht genau, wann das Fossil Egg nicht mehr da sein wird. Aber eines Tages wird's auf jeden Fall alle Pets in diesem Ei nicht mehr geben. Die tollsten Sachen sind die Legendary Pets. Das ist einmal der T-Rex. Das ist zum Beispiel Littlefoot. Und der Dodo Bodo. Den kleinen Bodo hab ich selber Neon gemacht. Falls ihr das Video verpasst habt, ich verlinke's euch mal im I. Hat mega, mega Spaß gemacht. Aber das sind die beiden Legi Pets. Natürlich gibt's noch viele andere Pets. Aber um die soll es heute nicht gehen, denn wir traden heute nur Fossil Eggs. Das heißt, wir können heute nicht aufmachen und gucken, was drin ist. Sondern das überlassen wir den Leuten, die die Eier traden werden. Falls ihr auch mal mit mir traden wollt, dann folgt mir auf Roblox. Mein Username ist Sandy Roll. Link dafür natürlich in der Videobeschreibung. Ich poste auch immer auf meinem Discord-Server, wenn ich online gehe. Auf einen öffentlichen Server, dass ihr Bescheid wisst und mir nachjoinen könnt. Denn ich hab die Follows für meine Follower immer an. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir los auf einen öffentlichen Server. Dann bin ich auf einem Server gespawnt. Und oh mein Gott, hier geht's richtig ab. Wir, Moment, wir müssen erst zu Pets. Wir suchen natürlich unser Ei und schreiben in den Chat, Trading Fossil Eggs for good offers. Wir gucken mal, ob wir irgendetwas bekommen für unsere Fossil Eggs. Ich bin mega, mega gespannt. Sie kosten 750 Bucks. Während wir warten, dass vielleicht ein paar Rolleys hier ins Spiel reinkommen. Oha, oder auch nicht. Wollte ich nur mal ganz kurz nachgucken. Das können wir sehr, sehr gerne gleich machen. Wir, ich hätte gesagt, packen einfach mal zwei Eier rein. Und wir gucken mal. Die 12-Tamia bietet einen Penguin full grown. Oh mein Gott, full grown. Und einen Biber. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich sicher ist, dass sie zwei Fossil Eggs dafür haben möchte. Wir gucken mal ganz kurz rein. Zwei Fossil Eggs kosten also 1500 Bucks. Das heißt 487 Robux für die beiden. Oha. Oh mein Gott. Und sie packt noch vier Puma rein. Einer davon ist full grown. Ist sie sich sicher? Wir machen mal, wir, wir akzepten mal und gucken. Denn ich kann mir nicht vorstellen... Tamiya. Ich meine, theoretisch sind sie wie viel? Was haben wir gerade gesagt? 487 Robux wert. Denn wenn wir einfach die, die, die Bucks kaufen, dann ist das tatsächlich so. Von daher hätte ich gesagt, ist es definitiv sogar fair. Wir machen den Trade auf jeden Fall, weil ein Pinguin full grown, warum nicht, Leute? Der, der Puma und so weiter ist jetzt nicht das krasseste Angebot. Aber ich hätte gesagt, ein Pinguin ist schon mega, mega cool. Tamiya, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ich bin mir nicht sicher. Vielen, vielen Dank für deinen coolen Trade. Ich hätte gesagt, wir... Oh mein Gott. Die Mathilda hat eine Frost Fury. Eine Flyride Frost Fury für ein Egg. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die Mathilda hat mega krasse Sachen anzubieten. Wir traden aber gerade nur Fossil Eggs. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was wir der Mathilda noch anbieten könnten. Denn, dass sie diesen Trade gerne machen würde. Ich bin, ich bin gerade ein bisschen überfordert, Leute. Weil wir traden Fossil Eggs. Die Mathilda hat, okay, die Mathilda hat declined. Okay, okay, okay. Kein Problem, weil ich dachte mir schon, ne? Das Problem ist, wenn ich Fossil Eggs trade. Und ich bin jetzt nicht jemand, der... Ich kann gerne noch ein paar Sachen raufpacken. Oha. Eine Neon Ginger Cat. Oha. Und eine Snow Owl. Oh mein Gott. Ride. Wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Ride Potion anbieten. Für die Ginger Cat. Und für die Snow Owl hätte ich gesagt. Eine Fly Potion. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das mega, mega fair ist. Aber ich hätte gesagt, zwei Fossil Eggs. Eine Fly und eine Ride Potion. Für ihre Ginger Cat. Und für die Owl. Achso, okay. Jetzt hat sie die Owl weggemacht. Ähm... Nur für die Neon Ginger Cat muss ich ganz klar sagen, hm... Ich weiß nicht. Zwei Fossil Eggs und eine Ride Potion. Lina Horse 17. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, sie hat die Klein. Das Problem ist, Leute. Ich habe genug Ginger Cats, dass ich definitiv eine Neon machen kann. Von daher ist das jetzt tatsächlich nicht das Problem. Oha. Sie bietet tatsächlich eine Snow Owl. Wir gucken mal, ähm... Hm, wie viel Eier müssten wir bieten, dass wir diese Snow Owl bekommen? Ich hätte jetzt mal vier Fossil Eggs geboten. Ich glaube nicht, dass Apotheke 123 ist übrigens ein mega, mega, mega cooler Name, das Ganze macht. Denn eine Snow Owl kostet 10.000 Gingerbread. Ja. Also wir bekommen keine guten Trades, weil sie sich alle denken, was? Das ist ja furchtbar. Und die Julia hat Declined... Nein, jetzt ist sie da. Ähm, die Julia hat schon Declined, bevor wir überhaupt angefangen haben zum Traden. Leute, ich glaube irgendwie, ähm, wir haben kein Glück mit unseren Fossil Eggs. Ich glaube, dass unser erster Trade richtig, richtig, richtig gut, ähm, war. Oha. Oha. Für, für einen Ride Monkey. Ja, das machen wir, Leute, von heute. Leute, ich finde die Monkeys nicht wirklich so super toll. Aber sie sind im Moment nicht im Spiel. Sie kommen auf jeden Fall wieder ins Spiel. Aber, Leute, der Monkey ist, so viel ich mich erinnern kann, an ein Pet, den man für relativ viel Bugs kaufen kann. Und auch für Robux. Und von daher hätte ich gesagt, wir machen den Trade, denn er ist rideable. Und warum nicht, Leute? Ein Monkey mehr in unserem Raleigh Club. Nice. Die Lily Dumbledore ist die nächste. Sie hat ja so einen putzigen Namen. Oh mein Gott. Wir packen einfach mal zwei Fossil Eggs rein. Und ich bin ges... Oh. Einen Neon Snowman. Oh mein Gott, Leute. Für den Neon Snowman hätte ich gesagt, würde ich drei Fossil Eggs bieten. Denn drei Fossil Eggs sind mega, mega viel wert. Also, ne, nochmal ganz kurz, ne. Wir mal ganz kurz gucken. 1400 Bugs kosten schon 487 Robux. Von daher hätte ich gesagt, ist es eigentlich gar nicht so ein schlechtes Angebot. Außer, wenn man halt bedenkt, dass der kleine Olaf, der auch Olaf heißt, noch austrainiert werden möchte. Und Lily hat den Trade geclimed. Die Julia321 ist nochmal da. Und ich kann mich gerade leider nicht mehr erinnern, was wir ihr geboten haben. Wir packen jetzt einfach mal zwei Fossil Eggs rein. Denn vielleicht möchte sie doch die beiden Fossil Eggs haben. Und am Ende des Tages ist es ja tatsächlich so, dass sogar ein T-Rex aus diesen Eiern schlüpfen könnte. Sie bietet eine Uncommon Bat und ich bin mir gerade nicht sicher. Uh, und einen Pinguin. Im Moment, glaube ich, will jeder seine Pinguine loswerden. Denn das Problem an dem Ganzen ist, wir hassen im Moment alle Pinguine. Falls ihr das Video irgendwann später sehen werdet, wir haben im Moment ein Rennen mit Pinguinen. Und wenn man gegen die rennt, dann, ja, sind die ein bisschen ekelhaft. Und deswegen hassen wir im Moment, glaube ich, alle Pinguine. Aber Leute, sobald das Rennen, glaube ich, nicht mehr da ist, finden wir es richtig toll. Und Julia, ich danke dir vielmals für deinen coolen Trade. Wir haben noch einen Pinguin und eine süße kleine Bat erhalten. Die Amy Liko ist die nächste. Wir packen nochmal zwei Fossil Eggs rein. Sie hat einen Flyable Rideable Cerberus. Ich hätte gesagt, zwei Fossil Eggs und eine Fly- und eine Ride-Potion ist vermutlich nicht genug. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, Leute. Was machen wir denn? Wir haben nur noch drei Fossil Eggs. Wir probieren es mal. Ich glaube nicht, dass Amy das Ganze annehmen wird. Denn der Cerberus... Oh, er heißt GLP! Für alle, die es nicht wissen, German Let's Play ist ein YouTuber, den ich schon extrem lange folge. Und warum wurde ich jetzt nach oben geschossen? Und, ähm, ja, ich gucke ihn selber auch sehr, sehr gerne. Und, ähm, mega cool. Ich hätte ihn gerne. Das Problem an dem Ganzen ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch bieten soll. Lass uns doch einen Pinguin bieten. Warum nicht? Der kostet 200 Robux. Dafür nehme ich einfach ein Ei weg. Und dann nehmen wir noch einen Pinguin. Denn der Pinguin kostet, ich weiß nicht, über ein bisschen über 200 Robux. Ich hätte gesagt, das ist eigentlich jetzt fair-isch. Vielleicht-isch, Leute. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich hätte den kleinen GLP auf jeden Fall gerne. Aber ich bin mir nicht sicher. Nein, die Amy möchte es nicht machen. Kann ich definitiv verstehen. Denn er ist schon sehr, 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 sehr putzig, Leute. Oder? Oh nein. Jetzt sind wir... Jetzt sind meine Eier weg. Hier. Hier. Wir probieren es weiter, Leute. Unsere Fossil-Eggs unter den Mann zu bringen. Oder unter die Frau. Die nächste ist die Tiana. Und die Tiana dachte sich, Alter, die tradet nur Fossil-Eggs. Da mache ich nicht mit. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Tiana. Oh mein Gott, ein kleiner Däscher. Und er ist Fly-Ride. Ein einfacher kleiner Doggy. Er ist Fly-Ride. Er ist ja mega, mega putzig. Oh mein Gott, die Honey. Also 2407 Honey. Ich bin mir nicht sicher, warum sie ihrem Doggy Fly-Ride gegeben hat. Denn ich hätte gesagt, das ist es definitiv nicht wert. Oha. Sie packt noch eine Biene mit rein. Und ein Biber. Jetzt wird es aber langsam. Ich hätte vielleicht eher akzepten sollen, weil ich hätte auch den Hund nur genommen. Also das ist das Problem. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Lasst uns nochmal eine Ride-Potion kommt. Wir hauen noch eine Ride-Potion rein. So viel zum Thema. Wir traden nur Fossil-Eggs und akzepten das Ganze. Vielleicht möchte sie die beiden Fossil-Eggs und die Ride-Potion haben. Gegen ihre drei Pets. Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir probieren es einfach mal. Was die Honey dazu sagt. Okay. Sie sagt, sie möchte ihren Hundi nicht hergeben. Was ich natürlich verstehen kann. Weil vielleicht hat sie ihren Hund mega, mega, mega lieb. Und sie gibt jetzt uns einen normalen Hundi ohne Fly-Ride. Und ein Hard-Hoverboard. Das ist doch mega süß. Oha. Ein Pizza-Unicycle. Sie ist noch on the go, Leute. Sie ist noch on the go. Ein Rubber-Dog-Balloon. Und kommt noch was? Oder akzeptet sie jetzt? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte gesagt, wir machen den Trade trotzdem. Denn am Ende des Tages ist der Trade fair. Wahrscheinlich lasse ich mich wieder abziehen. Wahrscheinlich lasse ich mich jetzt wieder abziehen. Ihr sagt immer, ich lasse mich immer abziehen von allen möglichen Leuten, die wir traden. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Ich meine, die Bee ist letztendlich mehr wert wie die Ride-Potion. Ich glaube, die Bee kostet irgendwie 200 Robux. Die Ride-Potion nur 150. Ach, Leute. Egal. Kommt. Lasst uns den Trade machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie gerne die Ride-Potion hätte. Und von daher, lasst uns das einfach machen. Weil wahrscheinlich hat die Honey irgendein Pet, das sie mega, mega, mega lieb hat. Und sie hätte für das Pet vielleicht gerne Ride-Potion. Und von daher, Leute. Warum nicht? Ich habe ein paar Ride-Potions. Und Honey, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit deinen zwei Fossil-Aggs und deiner Ride-Potion. Und ich wünsche dir ganz viel Glück, dass du vielleicht einen T-Rex oder einen Dodo bekommst. Die nächste ist Best Brawl. Ich habe schon einige Male, glaube ich, mit Best Brawl getradet. Und sie hat eine Ginger Cat und einen Monkey. Ich bin mir nicht sicher, ob das 100%ig fair ist. Also für sie, denn die Ginger Cat bekommt man nur, wenn man sich... Oh, okay, okay. Ich habe noch überlegt, ob das fair ist, ob ich das machen soll, dass es für sie fair ist. Aber sie hat so schnell okay geklickt, dass sie, glaube ich, definitiv diesen Trade gerne machen möchte. Leute, das kann ja sein, dass sie damals gespielt hat, dass die Monkeys drin waren im Spiel. Und deswegen einfach sich mega, mega viele Monkeys erspielt hat. Und sich dachte, so ein Fossil-Agg ist definitiv mehr wert. Ich glaube, Leute, wir haben... Oh mein Gott, es ist unser allerletztes Fossil-Agg. Ein Polar-Bear. Oh mein Gott, Leute, was können wir ihr denn noch bieten? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Polar-Bear. Ich liebe die Bären im Spiel. Oh nein, oh nein, sie hat sie... Ich meine, nein, ich wollte den Polar-Bear haben. Aber ich war einfach vielleicht ein bisschen zu langsam. Ich bin immer zu langsam. Und ich lese den Chat, Leute, es tut mir leid. Ich bin gerade in einem Trade. Ich tue hier mein Möglichstes. Und nein, sie hat den Trade, die Kleine. Ich habe zu lange gebraucht. Ich war ein bisschen abgelenkt. Okay, wir haben noch ein einziges Ei. Ich hätte gesagt, der letzte Trade. Dann gucken wir noch mal nach, was wir... Oh mein Gott, ein Neon-Flyable-Rideable. Oh mein Gott, was bieten wir denn für den kleinen Buben? Ach du grüne Neune, Leute. Lasst uns mal irgendwas Cooles bieten. Für den. Lasst uns doch einfach mal eine Kizun bieten. Lasst uns eine... Jetzt hat sie ein Ossi-Egg. Ja, okay. Ja, okay, okay. Ist ja in Ordnung. Seide Arak. Ich weiß nicht, ob man nicht so spricht. Ein Ossi-Egg gegen ein Fossil-Egg. Ich hätte gesagt, das ist definitiv ein guter Trade für beide von uns. Die Fossil-Eggs sind zwar im Moment noch im Spiel. Aber bald sind die auch nicht mehr im Spiel. Und ich hätte gesagt, sie sind definitiv dasselbe. Wer da die Ossi-Eggs, ich glaube, acht Monate tatsächlich im Spiel waren, hätte ich gesagt, das war ein mega, mega cooler Trade. Ich freue mich. Seide Arak. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen coolen Trade. Und Leute, ich mache mal ganz kurz meine Trades aus. Und dann gucken wir noch mal ganz kurz rein, was wir heute alles getradet haben für unsere Fossil-Eggs. Wir haben ein Ossi-Egg bekommen. Zwei Monkeys. Eine Ginger Cat. Eine Bee. Ich glaube, zwei, ja. Zwei Pinguine. Und einige andere Uncommon. Und Rare Pets. Denn ich glaube, der Beaver ist Rare. Ich hätte gesagt, das war echt nicht schlecht. Oder guckt mal, hier bin ich übrigens. Hallo. Ich stehe hier in der Mitte. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Falls ihr das Video cool fandet, dann gebt doch sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar. Und lasst ein kostenloses Abo da. Und dann habe ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Siavus.